Musik Bei uns ist heute André Kuper. Er ist stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Schönen guten Tag, Herr Kuper. Einen schönen guten Tag, Arin. Herr Kuper, Sie waren lange selbst Bürgermeister einer mittelgroßen Kommune in Ostwestfalen. Sie kennen sich also mit den Kommunalfinanzen relativ gut aus. Wie ist da so die aktuelle Situation? Die aktuelle Situation ist desaströs. Während im Bundesgebiet Kommunen erstmal schon wieder schwarze Zahlen schreiben, haben wir in NRW die Situation von unausgeglichenen Haushalten. Wir haben eine Verschuldung von 60 Milliarden Euro in den 396 Städten. Und wir haben Kassenkredite zur Finanzierung quasi der laufenden Ausgaben von 26 Milliarden Euro. Gigantische Summen. Was könnte die Landesregierung tun, um das zu verhindern und dagegen zu steuern? Also zunächst einmal muss man sagen, dass die Kommunalpolitik und die Kommunalfinanzpolitik der Landesregierung komplett versagt. Man hat den sogenannten Stärkungspakt Stadtfinanzen aufgelegt. Der hilft nur 61 Kommunen, die in Schwierigkeiten sind. Aber er muss sogar finanziert werden und refinanziert werden von anderen Kommunen. Er wird kommunal mitfinanziert. Zum Teil ist die Situation so perfide, dass die Kommunen, die zahlen, höher verschuldet sind als die, die bekommen. Und dieser Stärkungspakt wirkt nicht, er ist wirkungslos. Nun muss das Ganze ja auch irgendwie refinanziert werden. Stichpunkt Gewerbesteuer. Ja, angesichts der dramatischen Finanzlage in den Kommunen haben die Kommunen keine Alternative. Sie müssen die Steuern erhöhen. Das heißt, wir haben mittlerweile höchste Gewerbesteuerhebesätze, wir haben höchste Grundsteuerhebesätze. Und das ist ein massiver Wettbewerbsnachteil für unsere Kommunen im Land NRW. Sie haben ja selbst auch einen Vier-Punkte-Plan erarbeitet, mit dem man die Verbesserungen hervorrufen könnte. Wie sehen diese vier Punkte aus? Also für NRW braucht es ein Gesamtkonzept. Ein Gesamtkonzept, wo wir zunächst mal eine gerechte Mittelfinanzverteilung haben und eine auskömmliche. Dann müssen wir die Kommunen von unnötigen Aufgaben und Standards entlasten. Als Drittes brauchen wir mehr Eigenverantwortung in den Kommunen. Und das heißt aber auch, die Möglichkeit der interkommunalen Zusammenarbeit muss gestärkt werden. Und als Viertes ist es so, dass wir über die Kommunalaufsicht im Land NRW nochmal neu nachdenken müssen. Aber wie gesagt, das Ganze muss ein Baukasten sein. Neben den immerwährenden Problemen gibt es aber gerade in letzter Zeit jetzt noch eine neue Problematik, nämlich die Problematik der Flüchtlinge. Ja, angesichts der dramatischen Flüchtlingsströme, die auf Deutschland zukommen und auf NRW, gibt es für die Kommunen ein weiteres Problem. Die Flüchtlingszahlen sind im Moment rasant steigend. Vor ein paar Jahren waren es noch 5.000 Flüchtlinge. In diesem Jahr müssen wir mit ca. 37.000 Flüchtlingen rechnen. Das ist eine besondere Herausforderung für unsere Kommunen. Daneben ist aber zu sehen, dass die Kommunen nicht nur die praktische Unterbringung regeln müssen, sondern dass sie auch in NRW zu 80 Prozent die Kosten für die Unterbringung tragen müssen. Das ist in anderen Bundesländern nicht der Fall. Beispielsweise in Schleswig-Holstein zahlt das Land 70 Prozent. In Bayern wird es zu 100 Prozent gezahlt. Also das ist ein besonderes Problem. Zu den Unterbringungskosten gibt es aber dann auch noch die Krankheitskosten, die fast niemand sieht. Ja, die Krankheitskosten sind von den Kommunen zu bezahlen. Und wir müssen hier in NRW dafür sorgen, dass wir eine besondere Willkommenskultur haben. Aber wenn in einem Einzelfall jetzt Flüchtlinge kommen aus Krisenländern, die eine Traumabehandlung brauchen, dann kann es einer Kommune passieren, dass sie schnell mal 100.000 Euro alleine für die Behandlung eines Flüchtlings bezahlen muss. Das kann eine Kommune vor Ort nicht mehr leisten. Das bringt jeden Kommunalhaushalt außen im Rahmen. Und von daher fordern wir nach dem hessischen Vorbild einen Krankheitskosten-Flüchtlingsfonds, sodass Kommunen, wenn sie außergewöhnlich hohe Krankheitskosten haben, Hilfe aus dem Fonds bekommen. Vielen Dank, Herr Kuper. Gerne.